Und ihr schaut alle bitte zu den Kameras. Liebe Kollegen, es kommen noch mehr, aber lasst sie schon mal Fotos machen. Alle schauen zu den Kameras bitte. Liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch auch nochmal ganz ganz herzlich hier auf unserer Kundgebung. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich toll, dass wir so kurzfristig, dass ihr alle gekommen seid. Wir haben uns ja gefragt, haben gesagt, Mensch, in drei Tagen kann man denn eine Kundgebung da gut organisieren. Und das ist auch schwierig. Und ich finde, dass ihr alle gesagt habt, das ist es uns wert. Heute Abend kommen wir, wir stehen hier alle zusammen. Und ich finde auch wirklich sehr gut, dass wir hier alle gemeinsam sind. Parteilose Mitglieder der Linken, Mitglieder der Grünen, Mitglieder der SPD, weil uns ein Ziel eint, nämlich Nein zum Krieg. Und dafür müssen wir noch viel, viel mehr werden. Die Stimme muss lauter werden. Es darf so nicht weitergehen wie bisher. Weil ich denke, es ist euch allen wahrscheinlich so gegangen, wie ich es von mir erzählen kann. Letzte Woche, als man die Nachrichten verfolgt hat, es wurde einem Angst und Bange. Man hatte eigentlich schon immer bei der nächsten Nachricht die Sorge, was ist jetzt passiert? Ist heute Nacht etwas passiert? Was kommt da auf einen zu? Und ich bin auch überzeugt, die Welt war noch nie, die Welt war noch nie so nah an der Schwelle eines heißen Krieges. Zumindest nicht seit dem Ende der Blockkonfrontation. Das war haarscharf. Und das war nicht einfach so mal passiert. Also natürlich war der unmittelbare Auslöser, und ich meine auch das zeigt, wo wir heute stehen auf dieser Welt, natürlich war der unmittelbare Auslöser dieser Trump-Tweet, get ready Russia. Und wo Raketen angekündigt wurden. Von einer Atommacht an eine andere Atommacht, bei Twitter. Also wenn man sich das gegenwärtig, man denkt ja, man ist im falschen Film. Aber es wäre auch zu einfach zu sagen, okay, da ist ein Verrückter im Weißen Haus, der hat einen falschen Tweet gemacht, das hat uns alle in Gefahr gebracht. Nein, es ist ja viel mehr. Es ist doch eine Eskalation, wo ein Schritt nach dem nächsten kam. Da wird in Großbritannien auf furchtbare Weise ein russischer Ex-Spion versucht zu ermorden. Ehe irgendetwas aufgeklärt ist, noch nicht mal bis heute ist es wirklich klar, wo das Gift herkommt. Ehe irgendwas aufgeklärt wird, werden erstmal Schritte unternommen, Diplomaten ausgewiesen, es werden brachiale Reden gehalten, es wird so richtig an der Eskalationsspirale gedreht. So, dann kommt diese Geschichte. Interessanterweise eine Woche vorher wollte Trump noch die Truppen zurückziehen aus Syrien. Dann eskalierte nochmal die Pornoaffäre, dann kam nochmal der ganze Druck, dann macht er seinen Tweet nach dem furchtbaren Chemiewaffeneinsatz, wenn es denn einer war. Weil das ist ja auch interessant. Selbst der US-Verteidigungsminister weist darauf hin, dass man noch nicht mal weiß, was dort eingesetzt wurde, geschweige denn, wer es denn war. Und da machen sich Inspekteure auf den Weg, die sollen erstmal rausfinden, was passiert ist. Aber nein, in der Nacht wird dieses Land mit hunderten Marschflugkörpern angegriffen. Und die Bundesregierung hat nichts Besseres zu tun, als auch noch zu sekundieren und Beifall zu klatschen und zu sagen, oh, das war natürlich erforderlich und angemessen. Nein, das war ein Angriffskrieg. Das war völkerrechtswidrig. Und das müssen wir immer wieder sagen und betonen. So darf es nicht weitergehen. Und deswegen finde ich, ich finde es wird wirklich Zeit, ganz klar Nein zu sagen. Nein zur Eskalation, Nein zum fortgesetzten Bruch des Völkerrechts, Nein zu diesen ganzen Kriegsaktionen. Und ich finde es super, weil ich heute die Umfrage gesehen habe, dass trotz dieser ganzen Propaganda, trotz den Lügen, trotz der Heuchelei, trotz all dem, was uns in den Medien so überflutet hat, es gab auch gute Beiträge, aber die Dominanz war ja doch in erschreckender Weise verzerrend, Und dass trotz all dem eine große Mehrheit in diesem Land sagt, nein, wir verurteilen diesen Angriff, wir wollen nicht, dass sich Deutschland daran beteiligt. Und deswegen muss aber auch daraus endlich Konsequenzen müssen gezogen werden. Und ich meine, Dietmar hat es vorhin schon angesprochen, die Bundeskanzlerin sagt, wir sind nicht beteiligt. Ja, aber was machen denn unsere ganzen Soldaten da? Ja, verdammt nochmal, wenn wir nicht immer tiefer in diesen Konflikt reingezogen werden wollen, dann müssen wir die deutschen Soldaten, die Bundeswehr endlich aus diesem Pulverfass abziehen. Dann müssen wir sie zurückholen nach Deutschland. Das ist doch der erste Schritt, um nicht immer tiefer in einen Krieg hineingezogen zu werden. Und dann noch der zweite Punkt, Herr Maas heute im Bundestag, klang ja ein bisschen moderater als in den letzten Tagen, ist vielleicht auch eine Folge der Resonanz, die er so gekriegt hat, hoffe ich mal. Aber dann sagt er, ja, wir wollen natürlich, dass die Waffen schweigen, dass die Waffen in Syrien schweigen. Na, wer will das nicht? Aber ich muss mal sagen, wer will, dass die Waffen schweigen, der sollte dann als ersten Schritt aufhören, Waffen zu liefern. Weil Waffen haben es an sich, dass sie von alleine nicht schweigen, sondern dass sie eben auch eingesetzt werden. Das ist doch unehrlich, was da passiert. Und ich muss sagen, auch in der Debatte der letzten Tage, es war doch wirklich erschreckend, was wir dort teilweise für Wortmeldungen gehört haben, auch heute nochmal im Bundestag, was da für eine Akrobatik gemacht wird, um das Völkerrecht umzuinterpretieren. Und am dreistesten fand ich eigentlich die Wortmeldung von Herrn Röttgen, der uns also nun auch noch mitgeteilt hat, ja, eigentlich faktisch mitgeteilt hat, es gibt gar kein Völkerrecht. Er hat nämlich gesagt, es sei doch ein völliger Unsinn, wörtlich, völliger Unsinn, rechtsstaatliche Grundsätze, zum Beispiel die Unschuldsvermutung, auf die internationalen Beziehungen zu übertragen. Also wenn Herr Röttgen für die Bundesregierung redet, dann können wir also zur Kenntnis nehmen, die Bundesregierung ist der Meinung, dass rechtsstaatliche Grundsätze in den internationalen Beziehungen nicht zu suchen haben. Und da muss ich mal fragen, ja, wenn rechtsstaatliche Grundsätze nicht zu suchen haben, was denn dann das Recht des Stärkeren, das Faustrecht, die Kanonenpolitik, wo der, der den größten Atomknopf hat und das größte Waffenarsenal, seine Rohstoffinteressen, seine Interessen an geostrategischen Vorteilen und an Absatzsphären überall auf dieser Welt zu seinen Gunsten herbeibomben kann, ist das auch die Auffassung der Bundesregierung? Ich finde das krank und das muss man verurteilen, das kann doch nicht wahr sein. Und das Schlimme ist ja, ich meine das Schlimme ist, da muss man Herrn Röttgen jetzt fast wieder in Schutz nehmen, er hat eigentlich ausgesprochen, was tatsächlich Politik vieler NATO-Staaten seit Jahren ist, weil genau nach dieser Maxime wurde doch agiert, in Afghanistan, im Irak, in Libyen und jetzt wieder in Syrien, genau das ist ja Ihre Politik, aber dann muss ich sagen, dann sollen Sie sich auch Ihre Heuchelei sparen, wenn Sie immer sagen, Sie sind die Verteidiger des Völkerrechts, oder wo jetzt gerade auch diese furchtbaren Angriffe und die Bilder kamen und dann Leute mit Krokodilstränen in den Augen sagten, Kriegsverbrechen müssen geahndet werden, das haben Sie heute auch im Bundestag wieder gesagt, ja, Kriegsverbrechen müssen geahndet werden, aber bitteschön auch, wenn Streubomben eingesetzt werden von Saudi-Arabien im Jemen oder wenn die USA selber Kriegsverbrechen begeht, indem sie eben mit Waffen mordet, das muss doch dann auch alles geahndet werden, das muss doch genauso angezählt werden. Und ich meine gut, die CDU und Herr Röttgen, das ist das eine, aber ich finde wirklich auch die Art und Weise, wie Herr Maas agiert hat in den letzten Tagen, das war wirklich übel. Also ich muss ja sagen, dass ich mir oder dass wir uns als Linke irgendwann nochmal Herrn Gabriel zurückwünschen könnten, als Außenminister, das habe ich echt nicht für möglich gehalten. Und natürlich ist Gabriel ein Rüstungslobbyist und auch die Außenpolitik unter Gabriel hatte mit der Brandtschen Entspannungspolitik nicht mehr viel zu tun. Aber Herr Maas scheint sich ja wirklich auf die Agenda gesetzt zu haben, auch noch die letzten Reste an Brandtscher Ostpolitik, die in der SPD irgendwo noch verankert waren, auch noch zu entsorgen. Also Herr Maas hat ja zum Beispiel, als es diesen schlimmen Tweet von Trump gab, sein Kommentar war dann eben, Russland agiert zunehmend feindselig. Also ich habe mich gefragt, es gibt ja nur zwei Erklärungen. Also entweder hat Maas die Vorstellung, dass Putin jetzt auch noch Trumps Twitter-Account gehackt hat. Das wäre natürlich eine Erklärung, habe ich aber bisher noch nicht so gehört. Oder aber er hat irgendwie Geheiminformationen, dass es einen Tweet auch von Putin gibt, wo Raketen auf amerikanische Einrichtungen angekündigt werden, smart und schön. Ich muss nur sagen, ich kenne einen solchen Tweet nicht. Und deswegen finde ich diese Art und Weise der Debatte völlig verkehrt. Nein, wir müssen gute Beziehungen wieder mit Russland haben. Wir müssen Interessenausgleich versuchen. Das muss doch unser Interesse sein. Also ich kann nur hoffen, dass in der SPD der Druck wächst, dass diese Politik nicht fortgesetzt wird. Denn ansonsten frage ich mich wirklich, das habe ich heute auch Herrn Maas im Bundestag gefragt, frage ich mich wirklich, warum Sie Ihre Parteizentrale eigentlich noch Willy Brandhaus nennen. Ich meine, die SPD hat ja jetzt einen Parteitag. Und ich habe Herrn Maas vorgeschlagen, also das sollte er dann doch nicht länger erdulden. Er sollte dort doch einen Antrag stellen auf Umbenennung des Willy-Brandhauses, wenn er seine Politik so weitermachen will. Eine Idee wäre zum Beispiel Donald Trump Tower. Das würde dann wieder zu Maas Außenpolitik zumindest passen. Aber ich finde, besser wäre es, wir gehen einen anderen Weg, einen Weg des Friedens. Und da hoffe ich auf ganz viele Stimmen und ganz viel Druck, auch aus den Mitgliedern der SPD, von den Grünen und von uns allen. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus